In diesem Video erfahren Sie alles, was man über die Sonne wissen muss. Die Sonne ist der Stern in der Mitte unseres Sonnensystems und unglaublich wichtig für uns auf der Erde, denn sie gibt uns Licht und Wärme, die das Leben erst möglich machen. Sie ist riesig, ihr Durchmesser beträgt etwa 1,4 Millionen Kilometer, das heißt, sie ist so groß, dass über eine Million Erden in sie hineinpassen würden. Die Sonne ist ungefähr 150 Millionen Kilometer von uns entfernt und ihr Licht braucht etwa 8 Minuten und 20 Sekunden, um zu uns zu gelangen. Sie ist schon ziemlich alt, etwa 4,5 Milliarden Jahre, und wird noch ungefähr genauso lange leben, bevor sie sich verändert. Die Sonne ist superheiß, ihre Oberfläche hat etwa 5500 Grad Celsius. Aber im Inneren, im Kern, wird es richtig extrem mit bis zu 15 Millionen Grad Celsius. Dort passiert etwas Spannendes, die Sonne besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium, und im Kern verschmelzen diese Stoffe miteinander, das nennt man Kernfusion. Dabei entsteht unglaublich viel Energie, die als Licht und Wärme zu uns kommt. Überraschenderweise kann es zwischen 10.000 und 170.000 Jahre dauern, bis das Licht aus dem Inneren der Sonne ihre Oberfläche erreicht. Jede Sekunde produziert die Sonne so viel Energie, als würde eine Milliarde Tonnen Kohle verbrannt. Deshalb scheint sie so hell und hält unseren Planeten warm. Sie hat verschiedene Schichten, wie eine Zwiebel. Da ist der Kern in der Mitte, dann kommen die Strahlungszone und die Konvektionszone, und außen sehen wir die Photosphäre, also die Oberfläche, die wir mit unseren Augen wahrnehmen. Darüber gibt es noch die Chromosphäre und die Corona, die äußerste Schicht, die man bei einer Sonnenfinsternis als leuchtenden Kranz sehen kann. Die Sonne dreht sich übrigens auch, aber nicht überall gleich schnell. Am Äquator braucht sie etwa 25 Tage für eine Umdrehung, an den Polen bis zu 36 Tage. Manchmal passieren auf der Sonne aufregende Dinge, wie Sonnenflecken oder Ausbrüche, die man Solar Flares nennt. Das hängt mit ihrem Magnetfeld zusammen, das sich etwa alle 11 Jahre stärker oder schwächer zeigt. Das nennt man den Solarzyklus. Diese Ausbrüche können sogar das Wetter im Weltall beeinflussen und manchmal unsere Technik stören, zum Beispiel Satelliten oder Stromnetze. Für das Leben auf der Erde ist die Sonne lebenswichtig. Sie sorgt für Tageslicht, treibt das Wetter an und lässt Pflanzen wachsen, die wir zum Leben brauchen. Ohne sie gäbe es kein Leben, wie wir es kennen. In der Zukunft, in etwa 5 Milliarden Jahren, wird die Sonne größer werden und sich in einen roten Riesen verwandeln. Dabei könnte sie die Erde verschlucken, aber danach wird sie kleiner und zu einem weißen Zwerg werden, der nur noch so groß wie die Erde ist. Ein paar spannende Infos. Die Sonne macht fast die gesamte Masse unseres Sonnensystems aus. Etwa 99,86 Prozent. Sie bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von rund 220 Kilometern pro Sekunde durch die Milchstraße. Die Sonne ist also nicht nur ein heller Punkt am Himmel, sondern ein faszinierender, riesiger Feuerball, der unser Leben antreibt und noch viele Geheimnisse birgt. Die Sonne ist auch nicht nur ein heller Punkt am Himmel. Die Sonne Die Sonne